Für Blessey gibt es hier ein kleines Event und damit hallo und herzlich willkommen zu Hauses Fury, Folge 5. Sollen wir fahren oder schwimmen mit Blessey mal da durch und gucken was da so zu tun gibt und ich glaube wir müssen Ringe einsammeln. Dann machen wir das doch mal. Na guck, da müssen wir hin. Wahrscheinlich in Zeit X. Es gibt auch keine Zeit dazu, ne? Oh, das ist eine knappe Sache, aber Done it! Sehr schön, so kann der Folge anfangen. Da haben wir 34 von den Sonnen. Sehr, sehr schön. Was ich jetzt nochmal gucken möchte. Ich habe mich nämlich schlau gemacht wegen der letzten Katze, die uns da fehlt. Ist noch an der Stelle, wo wir gar nicht waren, aber da gehen wir jetzt dann hin. Also hier ist auch noch was. Ja, gewesen. Verdammt. Blessey bleibt mal da. Boah, in seiner Strömung. Cool, das ist ein Messer. Auf ihn lasst das Fell von Mario. What? Ja, wie da drüben, hä? Ach, die wandert. Was ist denn Blessey jetzt da? Nichtsdestotrotz ist hier die letzte Katze. Die wollte ich jetzt eigentlich mal schnappen. Danke dafür, Blessey. Mal schauen, wie wir da rüberkommen. Auf Blessey! Oder? Ne. Wo ist die kleine Mieze? Wieder an ihrem Ort. Ich dachte, wir können da mit Blessey rum. Oder geht das nicht? Ah, warte mal. Da müssen wir erstmal den Leuchtturm strahlen lassen wahrscheinlich. Woher denke ich nicht, dass da irgendwas geht. Was hat denn hier für ruhige Kirchen? So. Blatt haben wir euch gemacht. Komm, wir gehen einfach mal straight hoch. Wir werden den Turm wahrscheinlich noch mal öfters erkunden, als mir liebes. Die Musik ist schön. Ich glaube, die Musik hat was. Ich weiß ja nicht mal, ob das der richtige Weg ist, aber... Vielleicht ja, ja. Weißt du was, wir gehen mal da rein. Wir schauen uns erstmal drin um. Ach so, das ist nur... Ach. Betrug. Jetzt kommt die Nervbacke gleich wieder. Du brauchst den Fast hier, ne? Ach, Bowser. Der nervt mich jetzt nicht. Ich habe nichts dagegen, dass Bowser ja immer wieder mal ankommt hier und sagt, hey. Toll, mein Helm ist kaputt. Da ist einer. Da ist einer. Ach, das ist eine normale Münze. Mein Insignia. Oh, moin. Okay, dafür, Bowser. Junior. Schnell, müssen wir da hoch. Gar keinen Plan, was ich jetzt vorhabe, ne? Bis auf das Lassi-Ding. Das Wissen, wo die kleine Katze ist. Gar nichts. Ist ja der weg, der Olli. Kriskram. Wir haben jetzt Bausi. Boi. So. Da ist noch mal eine Münze. Können wir den Dinger eigentlich Münzen nennen? Ich glaube, ja. Aber... Also, ich nenne sie jetzt einfach mal Münzen. Für mich sind es Münzen. Ah. Ah. Oh, da sind wir doch. Sehr schön. Da haben wir doch die Insignie. Ha. Sehr schön. Sehr gut. Ich habe nicht gesehen, wo der Turm ist. Deswegen... Da hatte ich mich auch schwer, den Turm zum Leuchten zu bringen. Da ist noch so ein Plätsi-Ding. Da ist noch so ein Plätsi-Ding. Uh, was soll das machen? Ich bin jetzt noch so ein Plätsi-Ding. Ich bin noch ein Plätsi-Ding. Okay. Okay. alles fertig machen, was geht. Oh, nein. Wo bist denn du? Ich hab immer noch nicht geschaut, wie der heißt, ne? Alles mit Gatebeutel. Das ist eine andere Sprache. Ich weiß nicht, das ist aber sehr schön. Das muss man ja nicht sagen. Wormorane. Das und so. Ah, kommt nicht wieder hoch. Irgendwie. Was mach ich denn jetzt für Sachen hier? Ah. Ach, come on. Das ist ein Riesenquatsch. So kann man sich natürlich auch retten. Ich will bloß auf das Holz ding. Auf das Steck da wieder. Wo ist unser Geld, Heini? Weg. Probe mal. Na, schau mal. Fette, geile Katze. Glaubst du da oben eigentlich jetzt nochmal irgendwas hier? Wir schauen mal nach. Ich weiß, die Folge ist gerade ein bisschen planlos. Zumindest was den Anfang angeht. Glück gehabt. Glück gehabt. Das ist eine Röhre. Alter. Sehr gut. Schau mal hier noch rein. Irgendwie so planlose. Uh. Ja, moin. Geld. Außer Junior machen wir doch nicht den Ding kaputt. Hat er gar nicht. Hat Geld gegeben. Sehr schön. Hier ist noch was, ja. Und dann. Sehr schön. Ist die Frage, ne. Weil zum Ding selber kommen wir noch nicht. Ich müsste bloß da rüber kommen. Aber gut. Im Turm rum ist wahrscheinlich auch ein Haufen Zeug. Lassi, komm her. Gut, Kleiner. Yes. Also die Katze holen wir auf alle Fälle noch dann, wenn es soweit ist. Wichtig ist erstmal, dass wir wissen, wo sie ist. So, jetzt haben wir hier noch ein Rennen. Da hoch. Okay. Vielleicht wieder 20 Sekunden. Yo. 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 Yes. Locker. Locker. Das war ja fast noch einfacher. Das war ja fast noch einfacher. Nichtsdestotrotz möchte ich mal gucken, was hier noch los ist. Hier, da gibt es was zum Wegspringen. Beziehungsweise gerade mal, mir ist noch was aufgefallen. Das war hier drüben. Gibt es da noch irgendwas, wo ich... Reicht da noch nicht? Reicht das schon mal? Keine Ahnung. Der war sick. Ja klar kommt der dick, große, alte wieder. Gut. So, das einmal. Nessi. Here you go. Sehr gut. Wie man ja macht. Das machen Sachen. Das ist Bowser. Gehen wir weg da. Was soll man da hinten rum umschauen? Das ist so eine planlose Folge, ne? So drei Insignien irgendwie gefühlt. Nichts geschafft, hey. Ich würde unbedingt wissen, ob hier drüben noch irgendwas ist. Da ist noch ein... Da ist noch ein... Ne. Stopp. Ist das ein Wutblock? Bossa. Where you are? Komm schon. Komm schon. Ich stehe hier rum und chillax. Komm mal an deine Wutpower, Digga. Oh, langweiler. Da ist nämlich noch ein Ding drin. Ne, ein Sieg mehr. Ach ja. Das muss man sich merken. Der kommt eh noch mal. Ha. Ha. Da drin ist auch noch mal was. Sehr gut. Überall Pressi. Da ist der Hase. Aber der leuchtet nicht mehr heiß. Der hat wahrscheinlich nichts mehr vorerst. Vorerst. Das ist meine letzte Runde gegen Katzen. Wum, wum. Wahrscheinlich kommt man... Nö. Das ist gerade planlos. Yes. Putzer. Oh. Oh. Mein einziger Vorteil ist von der Katze aus, dass sie wahrscheinlich, glaube ich, gerade... gerade... Deswegen ist der Block da. Was soll ich denn das machen? Ohne Witz. Yes. Okay. Ja, mache ich es aber anders. Gehen wir zu Feuer, Mario. Ich habe Angst, dass ich da nicht rankomme. Aufgrund der Staffeln. Meine Feuerbälle aber schon. Okay, aber was? Nein! Unser erster Tod. Unser erster Tod. Na gut, die Münzen kannst du behalten. Die sind eh gleich angesammelt. Das war der erste Tod. Uiuiui. Noch eher die Katze nehmen. Nein. Ah. Um, was da? Ja, da waren die ganzen Münzen. Gut. Ja, so läuft das. Ich finde, da sind auch so eine Münze hier. Okay. Na gut. Habe ich gehört, krieg mal mal hin. Oh, come on. Nein. Warte mal. Rio. Manchmal muss er auch ein bisschen fell sein, ne? Ja. Runter, bitte. Ja. So, warten, bis ein neuer spawnt. Bei Bowser Jr. ist er doch immer. Ah, warte mal. Die aktiviert sich also nur... Ach, ist sogar schon offen. Sehr gut. Ist von echt schon aufgesprengt? Möglich. Natürlich. Na, warte mal. Probier mal zuhauen. Ah. Aua. Au. So. Jetzt haben wir dich aber. Komm schon. Besser. Schwierig geht's. Stacheln. Ohne Stacheln. Easy. Kein Thema, aber mit. Oh je. Sind halt das Gemeine dran, sag ich jetzt mal. So. Irgendetwas kriegt man wieder. Sehr gut. Und dann gibt's bestimmt noch eine Runde gegen Katzen. Pum-Pum? Pum-Pum? Das war jetzt Pum-Pum, ne? Die andere heißt Pum-Pum, glaub ich. Na, guck mal. Okay, das brauchen wir auch noch, ne? Hier steht doch... Ne, hier steht nicht, was ich machen muss. Okay. Ach, hier ist mir hergekommen. Hahaha, toll. Komm. Komm. Na, hoch. Ja, wir waren hier schon, aber was denn? Passt du nochmal hochgehen, weil wir halt ja noch ein bisschen Zeit. Ich bin froh, dass das Spiel ganz gut über euch ankommt. Und vor allem bei dir, Flo. Hallo, Flo, erst mal. Haha, wenn du das siehst. Fühl dich gegrüßt. So gut. Und der Dicke. Da muss man nicht hin. Naja, komm. Wo bist du denn, Dicke? Komm. Hyperstrahl. Der Dicke sind offen. Sehr schön. Auch das abgeschlossen. Sehr gut. Mit 4 von 5 geholt. Was leuchtet denn da? Du hast keinen Bock mehr. Da leuchtet ein paar von den Steinen da in der... Ja. Sicher wahrscheinlich, ne? So, in Übersicht, dass wir uns nichts machen müssen? Nee. Was haben wir hier sonst noch für Aufgaben? Was haben wir hier sonst noch für Aufgaben? Was haben wir denn jetzt... Was haben wir denn jetzt... Oder? Nee, haben wir schon. Haben wir halt wirklich schon. Das haben wir auch schon. Hm, 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 hm. Jetzt richtig überlegen, was man hier noch machen kann, muss, darf, soll, ne? Ja, die 5 in Sieg nehmen, naja, klar. Ja, die fehlen mir noch. Die Frage ist nur, wo, wo sind die alle, ne? Müssen wir schauen, dass wir ganz hoch kommen. Na, wenn wir ganz oben sind. So, wenn wir ganz oben sind, ist klar, aber dann sehen wir vielleicht auch alle in Sieg nehmen. Dann können wir mal die ganzen Zillen abgehen. Das ist nämlich offen. Das ist ein Freibutter kommen wir nicht hoch, glaube ich, als Katze. Ja, das schafft natürlich nicht. Super coole Mario. Jetzt ich frage, liegt es in seiner Ausdauer, dass es nicht schafft? Oder liegt es daran, dass er einfach... Dass der Anzug nicht mehr kann. Na, okay. Ich glaube, es liegt eher an ihm, oder? Dass der Ausdauer keinen Bock mehr hat. Selbst die Möwen haben Katzen. Oh mein Gott, alles hat hier Katzen. Und selbst die Katzen haben Katzen. Ist das irgendwas? Toll. Hm, Handvoll Münzen. Die Münzen sind ja eigentlich auch bloß da, um Items zu bekommen, ne? Ich hab mal schon, ist klar. Wo ist denn die letzte Münze? Nicht da drauf, schade. Ich komm ja nicht mal rein. Ich komm ja nicht rein. Guck mal. Das ist eine Insignia da hinten. Da weiß ich noch nicht, wie ich hinkomme. Das ist die Frage, ne? Bei den Plöcken komme ich bis zu dem Eingang wieder zurück. Das ist doch die Frage, ob da unten noch irgendwo was ist. Okay. Immerhin wird die Musik... Da ist sie doch. Das ist ein größeres... Typi. Sehr schön. Yes. Irgendwo war es ja klar, ne? Dass die eine Münze da ist. Trotzdem. Trotzdem, trotzdem, trotzdem. Abgeschlossen. Sehr gut. Was ist denn jetzt? Ja, komm. Also doch. Ha. Sehr gut. Ja. Plessy, ich komm gleich zu dir. Können wir die doch gleich weitermachen. So. Zwar nicht da drüben, sondern da drüben. Aber die blauen Münzen haben wir hier schon, ne? Wegen die Zeit, was auch für den Eingang jetzt hat. Ist dafür der Schalter da? Jupp. Ja, moin. Das ist ein Sekund. Okay. Mal vergessen. 18 Sekunden. Ja, ja, ja. Okay, das probieren wir mal. Dann haben wir nämlich den Leuchtturm auch. Abgeschlossen. Ob das noch was wird. Nein. Oh, Mann. Könnte man schaffen. Könnte man schaffen, ne? Ja, komm. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß was. Wenn ich immer von Block zu Block springe. Das ist nicht beim Block, ja. Das war jetzt meine Schuld, das war jetzt nicht die Kamera schuld, das war meine Schuld. Oh, wenn er ins Browser kommt und mir das Ganze natürlich... Doch, der ereifft mir das Ganze, natürlich. Easy dat. Wenn er seine Sachen da runter regnen lässt, dann werden die unsichtbaren Flächen. Sichtbarer. Ach, 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 ach. Nein! Verdammt. Kurz davor, ne? Ja, dafür. Au. Oh, schützen die mich jetzt? Oder krieg ich nochmal was ab? Schützen mich sehr gut. Nein! Ah, Spiel! Nein! Oh, ich muss warten, bis er weg ist. Er nervt. Er nervt nur. Warum nervst du denn, du Kollege? Geh weg jetzt, komm. Er ist fast geschafft. Dann können wir den Nervbolzen bau sein, ey. Digga, gib dich mal in Therapie. Ja, ohne Witz. Er hat mindestens zwei Katzen gepostet. Ich hasse solche Sachen. Man braucht sich jedes Mal anzeigen, dass da der Insignis ist. Das weiß ich doch auch. Ja, easy. Easy. Was war das Problem jetzt? Zehn Minuten. Gut, zehn Minuten nicht, aber vier, fünf Minuten hat schon gedauert, ne? So, jetzt haben wir hier auch alles. Sehr schön. Sehr gut. Und die 40 Insignien haben wir heute auch vollbekommen. Sehr gut. Dann müssen wir mal kurz schauen. Und das hier, und das hier, und das hier. Was war das? Ach. Ja, das war das Rennen genauso wie das hier. Das hier auch. Ja, da waren wir auch schon. Sehr gut. Das steht eigentlich bloß noch das hier an, ne? Die Propeller-Auffestung. Leuchte müssen wir immer zum Strahlen bringen. Oh ne, haben wir sogar schon. Haben wir sogar schon. Sehr gut. Und das ist dann nämlich noch unsere letzte Katze. Die müssen wir natürlich da hinbringen. Sehr gut. Aber das würde ich sagen, machen wir dann in der nächsten Folge. War doch eine erfolgreiche Folge, auch wenn es hier und da ein bisschen failig war. Sehr gut. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Wenn ihr nähert, lasst einen dicken Daumen nach oben da, einen Kommentar, wenn es was zu sagen gibt. Und dann bis zum nächsten Mal hier bei Bouses Fury. Bis dahin. Servus und tüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Untertitelung des ZDF, 2020